Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mehr Biss, mehr Geschmack, mehr Frischi. Daran erkennt man die gewalzten Lussardi Frischteigwaren, die Sie seit Neuem bei GOP in der Tretterabteilung bekommen. Diese Nudeln sind dank der speziellen Frischhalteverpackung 14 Tage im Kühlschrank haltbar und darum auch als Vorrat geeignet, wenn sie mal pressiert und Sie trotzdem schnell etwas Gutes auf den Tisch zaubern. Lussardi Frischteigwaren als Tagliatelle oder Fettuccine kommen Sie wie gesagt in der GOP Tretterabteilung über. Da und dort auch als diverse andere Spezialitäten. Ob weiss, grün oder rot. Der Name Lussardi bedeutet Teigwaren von höchster Qualität. Für höchste Qualität in der Schönheitspflege garantiert eine andere Marke. Nivea Visage. Dürfen wir vorstellen? Die erste Nivea Visage Gesichtspflegeserie mit Liposomen. Jetzt könnten wir Ihnen Liposomen erklären. Wir könnten sogar zeigen, wie Liposome aussehen. Wir haben uns anders entschieden. Wir zeigen Ihnen einfach das Ergebnis. Eine Frau ist doch viel schöner als ein Liposom, oder? Nivea Visage aktiviert ihre natürliche Schönheit. Nivea Visage zeigt lieber eine schöne Frau als ein Liposom. Und statt einfach an einem Dessert zeige ich Ihnen jetzt, was man bei Viennetta darunter versteht. Viennetta, feinste Glacé mit luftig-leuchten Knusper-Schockilagen, unwiderstehlich. Ein Stück ist meistens noch nicht genug. Viennetta Vanille, Cappuccino und Kokosnuss von Lusso Eldorado. Mehrmals haben wir Ihnen im Coop-Studio den vollbiologischen Burger von Galactina vorgestellt. Jetzt gibt es einen neuen Galactinas Best Burger mit Bio-M-M-Taler. An der Zubereitung hat sich nichts verändert. Scheibe für Scheibe abschneiden, goldgeil braten oder panieren und mit einer Beilage servieren. Und in wenigen Minuten ist mit dem neuen Galactina Burger aus rein biologischem Anbau und mit Bio-M-M-Taler ein feines und vollwertiges Menü für Gross- und Kleinparat. Der neue Galactinas Best Burger. Licht, naturgemäss und praktisch und mit der Knuspe garantiert biologisch. Und wenn Sie den neuen biologischen Burger von Galactina probieren wollen, Sie finden ihn in den Molkerei-Vitrinen von Ihrem Coop-Laden. Und bei uns sehen Sie jetzt einen weiteren Beitrag aus der Reihe Essen. Coop denkt weiter! Was hast du? Scheint nicht gerade dein Tag zu dir heute, oder? Nein, du. Ich fühle mich einfach abgeschlafft. Ich bin seit Tagen verstopft. Oh, das kenne ich. Aber jetzt habe ich das Problem im Griff. Ich habe im Herbst einen Kochkurs besucht für gesunde Ernährung. Gesund sei die Ernährung dann, wenn eine Verdauung problemlos funktioniert. Heisst es nicht. Darum nehme ich zum Morgen Milch, Joghurt oder Quark, vermischt mit Flocken und frischen Früchten, wegen den Nahrungsfasern. Nahrungsfasern? Das habe ich auch schon gehört. Aber wie merkst du denn, ob es Nahrungsfasern in einem Lebensmittel hat? Grundsätzlich sind es Produkte aus Vollkorn oder Hülsenfrüchten. Hier, das Birchermüseli zum Beispiel. Speziell nahrungsfasernhaltige Nahrungsmittel sind auf der Packung deklariert. Solltest du unbedingt darauf schauen. Ja, dann musst du auch schauen, dass du genug trinkst. Mindestens 1 bis 2 Liter pro Tag. Mit Team Expressen kommst du auch nicht gerade weit. Fräulein Susi, wenn Sie fertig sind mit Ihrem Vortrag, könnten wir dann weitermachen. Oh, merci, du dein Chef leiden, meine ich auch an Verstopfung. Nahrungsfasern fördern die Verdauung ohne zusätzliche Kalorien. Tag für Tag ausreichend trinken. Offenbar ein weit verbreitetes Leiden. Erfreulicher hingegen sind die Aktionsangebote, die Sie morgen in unseren Läden kaufen können. 450 Gramm spanische Erdbeere kostet bei Coop nur 2,60. Und am Becher Coop Halbra am UHT gibt es für nur 1,45. Alle Weisskastdosen im Viererpack kommen Sie über für nur 4,80. Ausgesuchte Weich- und Frischkäse sind jetzt 55 Rappen bis in Franken günstiger. 250 Gramm Schweizer Mascarpone zum Beispiel kostet nur 2,90. Ausserdem offerieren wir Ihnen das 60 cm lange Blumenkistchen aus Fulgurit für nur 8,50. Und im Coop-Restaurant steht diese Woche ein halbes Boulé vom Grill, Röstigroketten und entdämpfte Tomaten für nur 9 Franken auf dem Menü. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss vom Coop-Studio. Ich hoffe, es hat heute auch wieder für Sie etwas Interessantes dabei gehabt und würde mich freuen, wenn Sie nächsten Mittwoch wieder reinschauen. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!